Die Tür für Barmherzigkeit und Gnade offen halten Matthäus 12, 20 Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Gericht hinausführe zum Sieg. Und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Wort des Dienstes Die Juden machten Flöten oder Rohre. Wenn ein Rohr geknickt war, zerbrachen sie es. Sie machten auch Fackeln mit Dochten, um Öl zu verbrennen. Wenn das Öl ausging, dann glimmte der Docht und sie löschten ihn aus. Einige vom Volk des Herrn sind wie das geknickte Rohr, das keinen musikalischen Klang von sich geben kann. Andere sind wie der glimmende Docht, der kein scheinendes Licht von sich geben kann. Doch der Herr will die geknickten Nichts erbrechen noch die glimmenden Auslöschen. Obwohl der Herr abgelehnt wurde, war er immer noch barmherzig. Selbst diejenigen, die zu geknickten Rohren geworden waren, wollte er nicht zerbrechen, und diejenigen, die zu glimmenden Dochten geworden waren, wollte er nicht auslöschen. Vielmehr hielt er für sie alle immer noch die Tür offen für Barmherzigkeit und Gnade. Unter seinen heutigen Nachfolgern und Gläubigen sind viele zu geknickten Rohren geworden, die keinen musikalischen Klang mehr von sich geben können. In der Regel sollten diese geknickten Rohre zerbrochen und weggeworfen werden. Doch Christus will das nicht tun. Außerdem brennen viele seiner Gläubigen nicht mehr als ein helles Licht. In der Regel sollte er sie alle auslöschen und wegwerfen. Aber auch das will er nicht tun. Stattdessen ist er barmherzig. Wie viel Gegnerschaft, Verfolgung und Angriff es auch immer gibt, Dieser himmlische König ist immer barmherzig. Er ist ein barmherziger königlicher Retter. Du magst ihn heute ablehnen, doch er wird dir immer noch barmherzig sein. Wenn du morgen sagst, Herr Jesus, ich tue Buße, wird er auf eine liebevolle Weise mit dir umgehen. Was für ein barmherziger Retter er doch ist! Er würde niemals ein geknicktes Rohr zerbrechen noch einen glimmenden Docht auslöschen. Vielmehr wird er warten, dass du seine Barmherzigkeit und Gnade annimmst.